Wir sind jetzt hier bei Waterproof auf der Interdive in Friedrichshafen und vor mir ist der Uwe Edmund. Und Uwe, sag mal, wie sieht es bei euch aus bei Waterproof? Was gibt es Neues? Hallo, herzlich willkommen auf der Interdive in Friedrichshafen. Wir haben heute hier zwei Unterzieher neu im Portfolio, die ich euch gerne zeigen würde. Wollen wir zum Produkt gehen? Soll ich das mal zeigen? Sehr gerne. Das ist der Nord. Den gibt es in zwei Versionen, den Unterzieher Nord als dünne, als Sommervariante und als Wintervariante. Die beiden Anzüge sind technisch, also baugleich, bis auf die Materialfüllung. Bei dem einen haben wir ein Kunststoff-Hohlfasermaterial von 200 Gramm Materialgewicht auf den Quadratmeter. Das ist die Sommerversion und in der Winterversion haben wir 300 Gramm. Mit unserer Kunststoff-Hohlfüllung und unseren Materialien ist das ein guter Winteranzug. Dieser Sommeranzug hier, den gibt es in Damengrößen, den gibt es in Plusgrößen bei Herren und bei Damen. Es gibt den in Tallgrößen. Und der Anzug zeichnet sich dadurch aus, dass er sehr dehnfähig ist und sehr viel Bewegung ermöglicht. Und auf der anderen Seite sehr atmungsaktiv an der Oberfläche ist, dass ich nicht schon feuchtigkeitsaufgeladen ins Wasser komme. Sehr schön. Ja, ich hoffe, wir können den bei der Tauchen irgendwann auch mal als Testprodukt unseren Lesern vorstellen. Und ja, ich wünsche euch noch eine gute Messe. Viel Spaß. Dankeschön. Kommt alle zum Waterproof-Stand, schaut ihn euch an, schaut euch die neuen Produkte an. Ja.